Ich bin Panzerkommandant, ich führe die Besatzung und damit den Kampfpanzer. Ich bin der Kraftfahrer und ich fahre den Kampfpanzer. Ich bin der Rechtsschütze und ich bringe die Munition ins Ziel. Ich bin der Ladeschütze und lade die Bordwaffe. Ich bin Philipp, ich bin auch dabei. Ich bin Thomas, ich bin auch dabei. Na, klare Sache. Und ich bin der Uwe, ich bin auch dabei. Und ich bin auch dabei und ein paar geile Fotzen sind auch dabei. Wenn ich ganz ehrlich bin, Jasmin war auch dabei. Und der Uwe ist auch dabei. Ich bin der Peter, ich bin der Lade dabei.